Herzlich willkommen in Peter Marvys Magic House. Erstklassige Anlässe in vertrauter Atmosphäre sind gefragter denn je. Da lässt es sich nirgendwo besser feiern wie in Peter Marvys magischem Refugium. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit ausgezeichneten Köstlichkeiten und schaffen Sie bleibende Eindrücke dank Entertainment von Weltklasse. Es gab Zeiten, da musste man nach Las Vegas fliegen, um einen echten Illusionisten zu erleben. Ab dem 4. Dezember reicht nun ein Zugbillett nach Zürich, um einen Magier dieser Art zu sehen. Und das Beste daran, er ist Schweizer. Peter Marvys heisst der Mann. Dann zaubern wir daher. Peter Marvys! Et voilà! Marvys! Erleben Sie den Schweizer Star-Illusionist Peter Marvys live. Er lässt ihre geladenen Gäste in eine Traumwelt eintauchen, lässt sie alles vergessen, verblüfft immer wieder aufs Neue. Peter Marvys ist in über 50 Ländern aufgetreten, sowie in Las Vegas in der TV-Show The World's Greatest Magic, welche von 80 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Prinz Albert von Monaco überreichte ihm den Grand Prix für die Beste Zaubershow. Erleben Sie Höhenflüge und magische Leckerbissen in Peter Marvys Magic House. Die Küche des Sedan Plaza zaubert einzigartige Gaumenerlebnisse auf ihre Teller. Dessert-i-Paber können sich auf unwiderstehliche, süße Versuchungen in allen Variationen freuen. Spritzige Cocktail-Kreationen verwöhnen Augen und Gaumen gleichermaßen. Wir organisieren Ihre zauberhafte Firmenfeier, erscheinen Sie magisch und lassen Sie Ihre Gäste auf der Bühne schweben. Feiern Sie privat bei uns, lassen Sie Ihre Jubiläumszahl erscheinen und Ihre Geburtstagstorte schweben. Das Geburtstagskind darf sogar den fliegenden Teppich vorführen. Möchten Sie eine Pressekonferenz oder eine Produktpräsentation durchführen in zauberhaftem Ambiente? Das Magic House ist der richtige Ort dafür. Konferenzen und Streaming-Events live aus dem Magic House bieten Ihnen die Möglichkeit, eine unbeschränkte Anzahl von Online-Zuschauern aus einer ganz speziellen Location zu erreichen. Wir bieten auch Schutzmassnahmen wie Plexiglas-Logen, Abstände zwischen den Sitzplätzen und weiteres. Eine wunderbare Show, fantastisch zum Zuschauen, noch schöner zum auf die Bühne mitgehen, als einmaliges Erlebnis. Vielen Dank! Ich kann wirklich die Show echt weiterempfehlen. Einen super Abend und einfach noch Wow! Die Illusion, der Trick dahinter ist und am Schluss noch davor geflogen. Mit dem Ring und allem, dann ist ein Kompliment. Sie haben es gelungen. Das ist einzigartig. Ich sehe bloß aus mir in dieser Art. Also ich finde es schön, dass ich ein bisschen von den kleinen Armen bin. Dann ist es immer noch so ein bisschen... Voller Überraschung, eh! Man ist nicht rausgekommen, wie das überhaupt alles ist, wie das alles dann kommt. 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 Das Magic House ist fantastisch. Sie hat ein sehr gutes Gefühl. Auch Essen, Gehütung, alles fantastisch. Und die Aufführung der Girls mit ihm, fantastisch. Ja! Danke schön! Sie möchten eine Afterparty? Wir setzen Ihre Wünsche gerne um. DJ, Karaoke, Artisten, Fans. Das ist Soon, Gehütung. Musik Sie stehen bzw. schweben im Mittelpunkt. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.